Wenn ein Präsident geht und eine Nation reibt sich verwundert die Augen. Was bleibt von Horst Köhler, dem unvollendeten Präsidenten? Das Bild ist diffus. Ist er der Seiteneinsteiger, der sich vom zynischen Berliner Tagesgeschäft eben nicht verbiegen lassen wollte? Oder ist dieser Horst Köhler am Ende vielleicht doch ein UNFASSBARER VERPISSER! Der Laden hier ist bald bankrotter als Albanien und der feine Herr Köhler hat keinen Bock mehr. Meinem Amt ist nicht der nötige Respekt entgegengebracht worden. Ja, da kotze ich doch im Strahl! Wer hat denn das tolle Amt weggeworfen? Wie eine alte Rottfahne? Erster Koch und jetzt der Köhler. Für solche Leute gibt's im Lateinischen nur ein schönes Wort. PUSSYS! Ja, wozu machen wir anderen Idioten unseren Job eigentlich? Noch zu Ende, wenn solche Politiker... Weißt du was? Jetzt hab ich auch keinen Bock mehr! Wo bleibt das verdammte Störbild?